Someone is waiting, just for you, spinning wheel, spinning true. Hallo, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder einliefern lassen, ambulant für 45 Minuten. Man ist am Anfang noch so drin, aber auf der anderen Seite, sind Sie ja noch so fertig. Es ist diese Zeit, diese Umstellung auf die Sommerzeit, es hängt einem so in der Knochen, es trifft auch so gut die Stimmung im Land. Ja, jetzt haben wir wieder Sommerzeit. Sie sagen, es ist länger hell. Noch eine Stunde mehr, wo wir uns das Elend angucken müssen. Es gibt so viel zu therapieren, drinnen und draußen. Es ist unklar, der flächendeckende Mindestlohn kommt nicht. Aber was ist am tollsten, die Begründung, warum? Weil nicht genügend Arbeitgeber ihn beantragt haben. Was für eine Überraschung. Dafür streikt jetzt die Post, obwohl sie den höchsten Mindestlohn schon hat. Und es kommt noch doller. Wenn jetzt ein holländischer Briefträger als Streikbrecher für die Pink... Herr Briol, Entschuldigung, Herr Briol, hier spricht die Regie. Wir müssen aus aktuellem Anlass kurz nach Frankfurt an die Börse geben. Wie, was schon wieder? Liebe Zuschauer, wir melden uns heute noch einmal von der Frankfurter Börse, denn die Finanzkrise spitzt sich dramatisch zu. Soeben hat die US-Notenbank bekannt gegeben, dass sie ihre Goldreserven freigibt. Das heißt, die Amerikaner, bisher der größte Besitzer an Gold in der ganzen Welt, sie verkloppen ihr Gold, das bisher im sagenumwobenen Fort Knox gebunkert war. Das heißt allerdings auch zum Zweiten, dass jetzt riesige Goldmengen auf den Markt kommen. Kein Wunder, dass der zuletzt stark gestiegene Goldpreis auf über 1000 Dollar unter Schock steht. Der ist, wie Sie sehen, aktuell im freien Fall minus 25 Prozent. Das ist heftig. Warum diese Panik in den USA? Die Amerikaner brauchen offensichtlich Geld, sehr viel Geld, um ihre Banken zu retten. Vier der fünf größten Geldhäuser stehen im Feuer, also kurz vor der Pleite. Und auch die Deutsche Bank ist mittendrin im Schlamassel. Ein Großkredit für ein Casinoprojekt in Las Vegas ist offensichtlich geplatzt. Die Agenturen berichten nun, dass China und Russland mit Milliardenspritzen bereitstehen. Aber die Unsicherheit hier auf dem Parkett ist so groß, dass nach einem Beschluss der Bundesfinanzaufsicht morgen, liebe Zuschauer, alle Bank- und Sparkassenfilialen geschlossen bleiben vorerst. Auch der Börsenhandel hier ist vorerst ausgesetzt. Die Bundeskanzlerin hat soeben verlauten lassen, sie sehe dies als Teil einer, ich zitiere mal, zutiefst besorgniserregenden Entwicklung, über die man bei gegebenem Anlass sicher einmal reden müsse. Zitat Ende. Soweit das Letzte aus der Welt der Hochfinanz. Zurück in die Anstalt. Und wir sind wieder auf Sendung. Haben Sie das gehört? Danke, Frank. Was sagen Sie? Lehmann, das ist eine Meldung. Ich bin sprachlos. Das läuft uns doch rein. Ja, ich wollte gerade zu meinem großen Hund Umschlag ansetzen. Jetzt pinkeln wir dir die Meldung da ans Bein. Können Sie machen die Stimmung auf Null? Wieso denn? Dann ist endlich mal Schluss mit der Schönfärberei. Das kommt doch wie gerufen. Vielleicht freuen sich die Leute. Freuen? Ja, dann gucken Sie mal da rein, wie Sie sich freuen. Was der gerade gesagt hat, morgen bleiben die Banken zu. Wissen Sie, was das heißt? Ja, das weiß ich. Das ist ein Tag weniger, an dem die Banken Unheil anrichten können. Das ist doch prima. Wissen Sie, was das in der Konsequenz bedeutet? Hören Sie zu. Mein Gott, Sie sind drauf reingefallen. Nein, April, April, Herr Priol. Toll. Es war ein kleiner April-Scherz. Ja, super. Und damit macht die mir meinen Anfang. Und fragt die, Moment mal, was ist jetzt, wenn Leute das glauben, die Meldung, wenn die sich deswegen was antun? Ja, und? Ja, wer wird sich denn was antun? Irgendein Immobilienmakler, der vom Dach seiner Shop eine Immobilie springt? Finanzanalysten, die sich mit der Jacht in die Luft springen? Bravo! Nein, was? Nein, wieso nein? Nein, Herr Dombrovsky. Nein, ich denke hier an den Sozialrentner, an den Arbeiter bei Opel, an die kleine Hausfrau mit dem Sparbuch. Jetzt mal im Ernst, Herr Priol. Ich habe mit diesem Scherz aufrütteln wollen. Wenn eine solche Meldung an einem x-beliebigen Tag kommt, dann wird doch keiner mehr überrascht, Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es hätten wir heute nicht meinen Anfang versaut. Dann hörst du mal auf, rumzulamentieren. Wenn morgen früh im Radio die Meldung kommt, die SPD hat ihre Auflösung beschlossen. Ja, na, da wäre ich schon überrascht, weil seit wann ist die SPD wieder beschlussfähig? Sagen Sie, es gibt... Es gibt... Ich meine, Sie sind Ihre Karl-Alarme. Sehen Sie, es gibt existenzielle Schwierigkeiten. Ja, ich weiß, Banken, Börse, Bäckes, wie sie mir da hoch. Richtig. Und ausgerechnet in dieser Situation kommt der BND mit einer Eilmeldung und behauptet, der Dschihad steht vor der Haustür. Wolle man reinlassen? Das ist nicht witzig jetzt, Herr Priol. Der BND, ja, der BND hat Erkenntnis, dass der Dschihad vor unserer Tür steht. Sagen Sie. Der gleiche BND, der den Amis vor fünf Jahren gesteckt hat, dass der Saddam Massenvernichtungswaffen hat, oder? Richtig, genau. Oh, gut, dass Sie es sagen. Wir haben auch noch Jubiläen abzuarbeiten heute Abend. Wir haben fünf Jahre Irakkrieg. Na, Frieden, Frieden eigentlich, sagt der Bisch. Ja, ist ja gut, jedenfalls fünf Jahre. Dann haben wir fünf Jahre Agenda 2010. Das war eine gute Sache. Eine großartige Niederlage für die Sozialdemokraten. Ja, die? Ja, nun lassen Sie es mal gut sein. Hallo, wir sind spät dran. Ja, okay. Wir müssen doch lieber so ein Ausrudeln. Was müssen wir auch noch machen müssen? Das kostet doch alles Zeit. 70 Jahre Anschluss zu Österreich zum Beispiel. Dadurch habe ich einen Guido, einen Guido-Knob doch erst möglich gemacht. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß, wir haben noch mehr Jubiläen. Zehn Jahre Viagra. Ja gut, Viagra, das ist aber kein Thema für uns. Ja, für mich nicht. Da haben Sie recht. Herr Priol, haben Sie das nötig? Nein, habe ich doch gerade gesagt. Ich nicht. Ich muss mich auf diesem Niveau von Ihnen nicht beleidigen lassen. Diesem Niveau nicht. Ach üblich, Tigerente wird 30. Noch. Vielleicht können Sie sich ja damit identifizieren. Wer mir so meinen Anfang versaut, dabei haben wir das wichtigste Jubiläum noch gar nicht gehabt. Heute auf dem Tag, kein Scherz, seit einem halben Jahr ist Bayern stäuberfreie Zone. Ja, das ist, das ist, das war, das ist, das war, das ist, das wird, das wird, das Ende vom Anfang. Und seitdem steht ja die CSU, die steht, aber sowas, die geht, das ist komisch, ne? Jahrelang war das so klar, du konntest einen Besenstiel hinstellen oder Mülltonne. Sie kriegen bei der Wahl immer 60% plus X. Und dann hat irgendeiner den Fehler gemacht und hat Besenstiel und Mülltonne durch Beckstein und Huber ersetzt. Und seitdem, seitdem, seitdem geht es mit der CSU noch schneller bergab, als der Transrapid je hätte schweben können. Der Transrapid, das Vorzeigeprojekt Deutschlands, der Leuchtturm vom Hightech-Paradies. Bayern fort ist er, habe ich mir gleich gedacht, wie kann man so blöd sein und glauben, dass ein Leuchtturm Zug fährt. Ich habe sogar mal behauptet, dass ein Bahnhof fliegen kann. Na, das ist wirklich die, die Kostenexplosion beim Transrapid, das hat der Huber, das hat der Müde weggelächelt. Das ist, wenn man bedenkt, was ich mit der Bayerischen Landesbank versenkt habe, damit hätte der Transrapid durchrauschen können bis Kassel. Na, aber, aber seit der Kommunalwahl wird die CSU nervös. Na, und seitdem wirft die alles über Bord, um Wähler irgendwie wieder zurückzukriegen. Der Transrapid fährt nicht, aber es darf in ihm geraucht werden. Wenn, wenn er auf dem Oktoberfest in einem Bierzell steht. Na, das ist also ehrlich, das ist total bekloppt. Also, nachdem sie da, das war, hallo, nachdem sie den Nichtraucherschutz gekippt hatten, da kamen die Kritiker aber an, Wortbruch. Aber da ist die CSU zum Glück geschmeidig. Hat der Beckstein klar gemacht. Er hat gesagt, das ist kein Umfallen der CSU, das steigt ihre Stärke zur Neupositionierung. Und außerdem war es kein Wortbruch, es war Gesetzbruch. Auch hier fand ich wieder das Schönste, die Begründung, warum die Nichtraucher in Bierzelden nicht mehr geschützt werden. Das ist so überhastet, geht das nicht. Das will gut vorbereitet sein. Komisch. Bei der schlampigen Übernachteinführung vom G8, dem Turboabitur, hat Kassau es gejuckt, ob irgendwas vorbereitet war oder nicht. Aber gut, da ging es halt auch nicht um Welt, da ging es halt um Bildung. Schüler und ein Fünftklässer darf halt nicht wählen. Pendler schon. Und da hat Erwin Huber sein soziales Herz wieder pochen gehört. Pendlerpauschale muss wieder her. Jetzt wird die CSU sogar von Oskar Lafontaine gelobt, weil sie Positionen der Linken besetzt. Ist jetzt ganz blöd für die Schwarzen, weil sie demnächst vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist alles saublöd. Das ist das Stumme. Du kommst nicht mehr hin, das ist die Frage der Zeit, wie geht es weiter in Bayern. Das scheint Erwin Huber so richtig an. Der hat ja letzte Woche Lob, wir gehen mit sehr viel Elan. Die Kombination, Elan und Erwin Huber. Das kriegt nicht einmal mehr ein Uri Geller hingebogen. Und er sagt dann, wegen seinem Bankdesaster droht ihm jetzt sogar ein Untersuchungsausschuss. Einem CSU-Mann. Naja gut, eigentlich eher Menschen. Weil unmögliche Vorwürfe im Raum stehen. Falschinformation des Parlaments, Insolvenzverschleppung, Lügen. Und da haben die Stammwähler der Christsozialen endlich aufgeatmet. Endlich! Das ist wieder unser CSU. So kennen wir es wieder. Herr Schubert, bitte. Herr Schubert, ich habe es Ihnen in den letzten Wochen Tag für Tag gesagt. Das geht hier nicht. Es ist für einen guten Zweck. Ich sammle für die Armut oder gegen die Armut im Osten. Für die Armut wo? Also im Osten der damaligen DDR. Entschuldigen Sie mal gut zu. Ich war vor 14 Tagen auf dem Kongress in Dresden. Armut, diese Prunk, diese Pracht, dieser Protz. Also im Zentrum, am Rand der Peripherie, da sieht es... Ja, es hat gerade noch gefehlt, dass Sie irgendwo da Ihre Zebrastreifen mit Carrara-Marmor fließen. Und wer zahlt das alles wieder? Wer zahlt da? Gucken Sie sich um da. Wer zahlt? Es hat mich gewundert, dass wir im Westen überhaupt noch genug Geld hatten, dass wir nach Lichtenstein schaufeln konnten. Das ist ja aber ein Teufelskreis, also ein geschlossenes System. Das ist ja ein Schwanz, der sich ins Gesicht beißt. Denn ich meine, ich bezahle ja auch hier Soli-Gedöns. Von eurer Armut? Also ich will ja nicht nur nehmen, ich würde auch noch was für mir geben. Jetzt mache sie, was sie wolle. Ich bin aber, damit eins klar ist, Finger weg von dem Aufzug. Der Lift ist für Sie tabu. Das ist mein Lift. Und der wird ab jetzt überwacht. Von Lidl lernen. Heißt herrschen lernen. Zustände? Ja, so ist das also. Probleme aller Orden, wie wir gerade gehört haben. Mit arbeitslosen Menschen, mit Alten. Was mich aber am meisten belastet, sind sozusagen die zukünftigen Rentner, also die Kinder. Denn es gibt in unserem Land zu wenige Kinder. Es gibt eindeutig weniger Kinder als früher. Die Kinder heute sind zwar schwerer. Also das heißt, es ist uns gelungen, rein von der Netto-Fleischeinwaage, also was die Abtropfenmasse betrifft sozusagen, einen Überschuss zu zerwirtschaften. Aber wenn wir Stückzahlen optimiert uns den Sachverhalt betrachten, dann sieht es düster aus. Also wir brauchen ja nur mal die ungeliebte Statistik bemühen. Wie viele Kinder legt eine deutsche Mutter? 1,4. Also im Schnitt. Also nicht jede einzelne Frau bekommt 1,4 Kinder, dann wäre ja hier Torseneinmarsch. Schnittmengen-Defilet. Sondern die Muttis sprechen sich ab. Und das klappt auch ganz gut. Das sagt eben eine Frau hier, ich bekomme kein Kind. Und dann sagt die nächste, okay, dann bekomme ich 2,8. Ziel erreicht. Aber jetzt stelle ich natürlich bewusst die Frage, warum gibt es so wenige Kinder? Hier beginnt der Hamster zu humpeln. Sicherlich, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, die so in den Filetons im Herbaldo werden. Es wird gesagt, Kinder sind zu teuer, Kinder sind zu klein, zu zerbrechlich, zu labil. Kinder sind teuer. Das kann ich hier nicht von der Schippe wuchten. Also sie sind teurer als früher, wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, als ich noch. Als Säugling. Sug. Damals endete der Ziger. Damals waren Kinder wesentlich kostenunintensiver. Ich habe meine Eltern mal ganz dezidiert daraufhin angesprochen. Ich habe meine Mutter gefragt. Maria. Sag an. Was habe ich als Kind gekostet? Mein Vater hat gesagt, erst mal eine ganze Menge Überwindung. Aber rein finanziell war das überschaubar. Also Strampelanzug, ein paar Windeln, ein paar Sägespäne. Und dann haben die mich in die Krippe geschafft. Also so. Das ist natürlich mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Heute sind Kinder wesentlich kostenintensiver. Aber von dieser Kostenintensität dürfen wir uns nicht abschrecken lassen. Wir sind auf Kinder angewiesen. Gerade wie hier in Deutschland. Der Deutsche vermehrt sich im europäischen Schnitt am meisten. Am wenigsten. Das heißt, bei uns ist die Tendenz am stagnabelsten. Uns ist ja nicht nur so, dass wir wenige Kinder haben, sondern die wenigen Kinder, die es gibt, die werden ja auch immer älter, die brechen uns weg. Das führt dazu, dass die Bevölkerungspyramide im Unterbau bröckelt. Also das Fundament für die Basis sackt ein. Und oben spleißt es im Zwickel. Es kneist mit Spliss auseinander. Und wir haben irgendwann statt der Bevölkerungspyramide ein Bevölkerungseimer. Und dann ist nämlich dort, wo die Hypotenuse war, plötzlich drunter der Katheter. Also dann ist das sozusagen... Und wenn das so weitergeht für das Satz, dann ist es herrscht Mangel an Deutschen, an allen Fachkräften, Studenten, Fliesenlegern, Handwerkern. Geschichtlich gesehen brackt es ja auch molchig in der Popperze. Zwei Weltkriege, beide verloren. Und man muss kein Prophet sein, um darauf hinzuweisen, dass, wenn das sich weiterhin so fortsetzt, wenn wir uns auch in Zukunft nicht vermehren, irgendwann können wir nicht mal mehr einen Weltkrieg anfangen. So wird es kommen. Dann marschieren wir irgendwo ein und dann heißt es, haha, das sind die Deutschen, das sind nur vier. So, vielen Dank. So, vielen Dank. So, gar kein... Was ist denn los? Ich hatte doch gar keinen Ausgang. Aber ich weiß nicht, wo habe ich denn jetzt mein Zängelchen? Ah, da ist es ja... Ich muss den Winkel noch ein bisschen nachstellen, da bei meiner Kamera. So, jetzt habe ich eine richtige Meldung für Sie. Es sah kein Ab... Was machen Sie denn da? Nix. Nix. Ist was kaputt? Nein, Energiesparlampen. Ich will Energiesparlampen anbringen. Ich habe eine interessante Meldung. Kennen Sie die schon? Roland Koch wird offensichtlich kleinlaut jetzt. Boah, der... Na, lebt auch nicht. Ich habe es in der Zeitung gelesen, und zwar gestern, nicht am 1. April. Roland Koch sagt, er habe keinen Regierungsauftrag für Hessen im klassischen Sinn. Ja, das sagt er aber nur, weil seine Fraktion 200.000 Euro Oppositionszuschuss beantragt hat. Ist nicht wahr. Doch. Die wollen weiterregieren und Oppositionsgeld gleichzeitig. Ja, manchmal denke ich ja, du kannst dir nur noch die Kugel geben im Land. Ja, das stimmt. Aber machen Sie es nicht. Na ja, treffen Sie nicht richtig und sind bloß blind. Ich würde, wenn er... Nein, er macht es ja nicht ernst. Wenn er es ernsthaft vorhaben wollte, meine Damen und Herren, da wüsste ich was Besseres für ihn. Ist neu auf dem Markt. Haben Sie schon gehört davon? Die Tötungsmaschine nach Dr. Kusch. Ist interessant. Ist ganz frisch auf den Markt gekommen. Ich habe sie hier, schauen Sie mal. Das ist die Tötungsmaschine nach Dr. Kusch. Das dahinter, das ist Dr. Kusch. Er ist Vorsitzender des Vereins Roger Kusch Sterbenshilfe e.V. Erinnern Sie sich an ihn? Ja, Kusch war Justizsenator und Lebensgefährte unter Ole von Beust. Zu Zeiten, als uns Ole mit Hilfe von Barnabas Schill, einem koksenden Rechtspopulisten in Hamburg, eine Regierung gebildet hat. Und zwar ohne Wortbruch. Ganz ohne Wortbruch. Das hansiatische Bürgertum ist berühmt für seine Toleranz. Also diese Maschine übrigens nicht. Die injiziert auf Knopfdruck automatisch Gift. Die Tatherrschaft liegt bei Ihnen als Kunde. Diese Patientenverfügung und Erbschaft können Sie alles gleich bei Kusch mit unterschreiben. Das ist die neue Schwerpunkte seiner Spezialkanzlei, die er dazu gegründet hat. Und der größte Fall ist allerdings, Sie müssen nicht mehr extra in die Schweiz, um auf dem Bahnhofsparkplatz von Zürich ihr jammeliges Dasein zu beenden. Sie können im eigenen Bett sterben. Die Maschine passt an jede Steckdose. Er hat sogar gesagt, die ersten Einsätze sind kostenlos. Also zögern Sie nicht zu lange, meine Damen und Herren. Gut, ich gebe das zu. Die sieht jetzt nicht gerade prima aus, die Maschine. Aber das sollte Sie nicht abschrecken. Das ist der Prototyp. Also bevor so eine Tötungsmaschine in die Serienproduktion geht, da müsste nochmal ein Industriedesigner dran. Das Auge stirbt ja mit quasi. Sollte Sie das irgendwie stören oder abstoßen? Ich rate Ihnen ab. Wenn die kommerzielle Verwertung und Serienproduktion einer Selbsttötungsmaschine sich irritiert, dann irritiert sie was an der falschen Stelle, meine Damen und Herren. Unser soziales Gefüge, unsere Gesellschaft ist durchsetzt und verseucht von kapitalistischen Verwertungskriterien und kommerziellen Gedanken. Warum sträuben Sie sich dann ausgerechnet gegen eine Kommerzialisierung in dem Augenblick, wo Sie die Nase voll haben davon? Von einem Land, in dem wir demnächst mehr Schönheitschirurgen haben werden als Hausärzte, die bereit sind, für acht Euro einen unheilbar kranken Zuhause zu besuchen. Das ist übrigens dann das kleine Übel gegenüber Dignitas, das sollten Sie bedenken. Die haben übrigens von Gift jetzt umgestellt. Dignitas nimmt kein Gift mehr, sondern eine Tüte Helium. Dann sparen Sie nämlich die beiden Gutachterherzte. Ist übrigens meiner Meinung nach wirkungsphysiologisch sehr elegant, mit Heliumvergasen, schnell, geruchs- und geschmacklos. Hat vielleicht einen kleinen historischen Beigeschmack, aber wenn Sie mich fragen, das ist, glaube ich, eher ein Problem der Überlebenden. Wenn Sie mich fragen. Entschuldigung? Ja? Ah. Hallo. Hallo. Das mit dem historischen Beigeschmack habe ich nicht ganz verstanden, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Österreicher bin, ne? Ja, sicher, sicher. Ja, genau. Komm runter, ja? Ja, gerne, natürlich. Sagen Sie, Helium, das ist doch dieses Gas, wenn man das einatmet, dann klingt man so wie Mickey Maus. Ja, stimmt, genau. Schön. Jetzt muss ich sagen, wird mir das sein. Dann kann sich der Opa lustig verabschieden. Wenn er so sitzt vor den Enkelkindern mit der Tüte am Kopf und röchelt ein bisschen wie in einem Zeichentrickfilm. Ja, aber hören Sie mal vor die Hinterbleibenden, dann lachen dann alle. Dann denken Sie, die freuen sich auch noch, das ist doch das Letzte, was Sie wollen. Ja, ich würde mich sowieso ganz anders umbringen. Setzen wir uns hin? Ja, gerne, schönes Thema. Ich würde es so machen, schauen Sie her, Pulsader aufschlitzen. Der Länge nach? Ja, natürlich der Länge, sonst haut es nicht hin. Blut spritzt heraus, mir graust vom Blut, ich kotze in die Arterie und kriege Blutvergiftung. Jetzt, na gut, das ist ein schöner Gedanke. Aber ich darf Sie darauf hinweisen, dieser Längsschnitt erfordert sehr viel Kraft. Ob Sie die am Schluss noch haben? Ja, das ist ja der Fehler, dass sich die Leute immer umbringen, ganz am Schluss, wenn sie keine Kraft mehr haben. Man muss sich früher umbringen. Man muss sich umbringen, wenn das Leben im Grunde gelaufen ist. Aber die unheilbare Krankheit ist gerade noch nicht da. Also, für Sie wäre jetzt gerade genau richtig. Finde ich? Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr freundlich. Oder haben Sie Angst vor dem Tod? Ich? Nein, wieso? Der Tod, das... Der Tod kann ein sehr großer Moment sein. Also, wenn die letzten Worte nicht gerade nach Micky Maus klicken. Na dann, was hält Sie noch? Mich? Aha. Ich, ähm... Es gibt noch einen Haufen Leute, die meinen Hass verdient haben. Wissen Sie das? Und wenn ich ganz offen sein soll, ich möchte auch meine Rentenbeiträge gerne selber aufessen. Verstehe, die wollen Sie nicht verfallen lassen. Nein. Ein bisschen wie im Kino. Kino? Ja, man bleibt sitzen, auch wenn der Film schlecht ist. Man hat ja Eintritt bezahlt. Und es könnte noch irgendwas kommen, so eine Schlussüberraschung. Na ja, Gott, also sagen wir mal... Einen Selbstmord und man überrascht sich selber damit, das ist eher schwer, nicht? Geht gar nicht. Doch, doch, obwohl. Wenn Sie zum Beispiel mit einer spontanen Eingebung plötzlich sich vor die U-Bahn werfen. In Wien geht das nicht, bis da eine kommt. Ach so, ja. Da werden Sie alt und sterben von selber vorher. Nein, nein. Mein Lieblingsselbstmord, my favorite suicide, ist, ich gehe hinauf auf einen Berg, mit einer Wodkaflosche, sauf mir an, hau mir in den Schnee, schau zu den Sternen und erfriere ganz sanft. Das ist eine unsichere Methode beim Klimawandel, nicht? Also könnte ein unsanftes Erwachen geben am nächsten Frühlingsmorgen, nicht? Stimmt. Okay, anderer Vorschlag, ich bin auf einem Schiff mitten im Meer und springe in der Nacht hinein von einem Kreuzfahrtschiff in der Nebensaison. Ja gut, aber wenn mich dann jemand sieht, schreibt ein Mann über Bord, weckt alle auf, sei sich das mal vor, ist doch peinlich. Ein missglückter Selbstmord vor 500 verschlafenen Kreuzfahrtrenten. Und am nächsten Tag muss ich mit denen wieder Mittag essen. Da hätte ich dann wirklich einen Grund zum Selbstmord. Dann schon. Sie bringen sich sowieso nicht um. Ich glaube, Sie reden nur gern drüber. Sie sind so ein typischer Wiener. Typischer Wiener. Ja, ein bisschen. Das war jetzt etwas unpassend, wenn ich das sagen darf. Es gibt die Wiener, die kann man sagen, es gibt die Wiener, die kann man nicht sagen. Typischer Wiener kann man nicht sagen. Jetzt sind Sie wieder beleidigt, das ist so typisch deutsch. Ein Österreicher kann mich gar nicht beleidigen. Ich bin Preußen, guter Mann. Und Preußen weiß, was er von Österreich zu halten hat. Preußen war immer gegen den Anschluss Österreichs. Immer schon, nicht wahr? Bismarck hat es immer schon gewusst. Hitler war die Rache für König Grätz, nicht wahr? Das Unheil kommt immer aus dem Süden. Das hat Bismarck immer schon gesagt. Das war doch ein... Jeder hat das gewusst. Und keiner ist drauf, Samuel. Das müsste man immer sagen. Diese hallo-drehsische... Es tut mir wirklich leid, ich vergreife mich immer im Ton. Furchtbar. Immer mache ich was falsch. Vorige Woche zum Beispiel war dieses Benefiz für zuckerkranke Kurden. Und ich gehe zum Buffet und frage, ob sie türkischen Honig haben. Schrecklich. Diese Kurden schauen einen an unfreundlich, wie Kurden halt schauen. Typisch kurdisch. Eigentlich noch unfreundlicher wie Kroaten. Kroaten sind natürlich genauso unfreundlich wie Franzosen. Oder Ostösterreicher. Kennen Sie Ostösterreicher? Dieses teigige, pickelige Gesicht mit den wässrigen Schweinsaugen. Und im Gesicht drinnen dieses Nein. Gibt's nicht, haben wir nicht, war noch nie. Fangen wir uns auch nicht an. Ostösterreicher. Ich finde, Vorurteile sind super. Man kann nicht einmal aufstehen ohne ein Vorurteil. Irgendwas müssen Sie annehmen, was Sie nicht wissen, sonst stehen Sie gar nicht auf. Zum Beispiel irgendein Klischee. Typisch Frühstück. Oder was ist typisch deutsch? Das ist leicht. Typisch deutsch ist Hitler. Typisch österreichisch ist Beethoven. Typisch amerikanisch ist blöd sein, fett sein und nichts wissen. Die Amerikaner wissen nichts, weil sie so ein schlechtes Schulsystem haben. Weil dort die Allgemeinbildung viel zu früh abgebrochen wird. Teilweise auch durch die Todesstrafe. Die Amerikaner sind schuld an allem, an fast allem. Und wo die Amerikaner nicht schuld sind, sind die Rentner schuld. Die Rentner sind überhaupt schuld, weil sie zu viel kosten. Und weil sie im Supermarkt immer hinter dir stehen und schreien. Zweite Kasse aufmachen. Immer. Immer Rentner. Immer Rentner. Zweite Kasse. Sag ich, bitte, Frau, brüllen Sie mir nicht ins Kinnig. Zweite Kasse aufmachen. Sag ich, bitte, gehen Sie noch vor. Ich verstehe das. Sie haben nicht so viel Zeit. Sie haben nicht mehr lange zu leben. Bitte, gehen Sie noch. Rentner sind schuld. Amerikaner sind schuld. Und Hurden und Delfine. Delfine sind das Letzte. Delfine sind so Streber, Angeber, oder? Delfine sind wie Kabarettisten. Möglichst elegant durchs versiffte, verdrückte Meer gleiten und blöd schnattern. Und so hohe Beliebtheitswerte. Jeder liebt den klugen Delfinen. In dieses falschen Grinsen, was die haben. Man müsste nur mehr Tunfischdosen kaufen, wo mit jedem Tunfisch mindestens drei Delfine umgebracht werden. Delfine sind schuld. Kurden, Amerikaner und Katzen. Und wie viele Menschen in Afrika könnten bitte überleben mit unserem Katzenfutter? Ich sage immer zu meiner Frau, ich sage, bitte, es ist so krank, in einer Stadtwohnung ein Tier zu halten, das dermaßen ätzende, konzentrierte, stinkende Würstel herauspresst, wie diese blöde, blöde, fette Katze, die du zehnmal am Tag fütterst. Nur, weil du Hunger hast von deinen Scheißdiäten. Die Katze schaut aus wie ein Kugelfisch. Das ganze Fett, das du dir nicht gönnst, ist auf der Katze oben. Die wird immer dicker, du bist immer dünner. Der ganze Sicht ist schon eine Langkarte deiner Frustrationen. Nur, um deinen Hintern zu retten, dass das einen Schrumpf kommt, rentiert sie das. Draufhin, ich war völlig überrascht, schaut meine Frau komisch. Ist irgendwie unrund. Kriegt so glitzernde Augen. Ich sage, hast was? Was hast denn, Puppe? Hast was? Ich sage, nein, ich habe nichts. Ich finde total toll, dass wir so ehrlich miteinander umgehen. Ich sage, klar, geh ehrlich um mit dir, weil du mir wurscht bist. Nein, es ist nicht leicht. Wer ist schuld? Die Katze, meine Frau, der Kurde an sich. Ich würde sagen, wir wissen es nicht. Ich finde es schick, in einer Kabarett-Sendung einmal zu sagen, wir wissen es nicht. Sag mal einfach, wir wissen es nicht. Entschuldigung. Na, Herr Doktor, Gott sei Dank, dass ich Sie treffe. Ja, sind das Schübe bei Ihnen oder haben Sie das öfter? Heute ist mir so irgendwie, so irgendwie, irgendwie, oh, gegen irgendwie haben wir hier ganz tolle Sachen. Gegen irgendwie, super. Es fängt in der Früh an, in der Früh, wenn ich aufstehe, Morgendepression, die Decke im Schlafzimmer erdrückt mich fast. Ja, wird es Steppdecke sein wahrscheinlich. Dann müssen Sie sich irgendwas Leichteres nehmen. Und dann schaue ich beim Frühstück in den Kaffee und der Kaffee ist schwarz. Und ich habe sofort drüber gedacht, ja, Sie könnten ja vielleicht mal ein bisschen Milch in den Kaffee tun. Das ging ja auch. Ich habe probiert, aber mit Milch ist dann der Kaffee so deprimiert, weil ich ihn nicht so akzeptieren kann, wie er ist. Kennen Sie den Film, einer flog über das Kuckucksnest, na? Da haben wir auch ganz wunderbare Methoden hier. So. Es ist erledigt. Ein Fall gelöst. Nein, es ist, mit mir geht es ja erst komisch. Jedes Mal, wenn ich einer flog über das Kuckucksnest angucke, muss ich schon wieder an unsere Kanzlerin denken. Ich kann mir nicht helfen, ehrlich, aber je öfter ich was von der alten höre, desto mehr sehe ich immer nur noch Schwester Ratchet. Ratchet vor mir steht. Gibt es noch etwas, was Sie der Gruppe mitteilen möchten, Mr. McMurphy? Aber Schwester Ratchet hat wenigstens noch eine klare Linie gezackert. Das hat ja unsere Kanzlerin gar nicht mehr nötig. Sie muss ja gar nichts machen. Sie wird hochgejubelt. Sie macht nichts falsch, schreiben ihre Hofberichtbestatter, weil sie nichts macht. Sie sucht ab und zu mit der Lupe nach der SPD und freut sich schön, wenn man keine Gegner mehr hat. Die Frau hat ein Glück, das ist unglaublich. Hängt den ganzen Tag nur noch ab in ihrem Netz, wie die Spinne Tegler in Bienenmaier. Mal gucken, wer heute wieder vorbeikommt. Habs und Problem gelöst. Konkret kommt mal irgendwas Konkretes. Ja, jetzt, wo sie den Klimaschutz endgültig wieder der Industrie geopfert hat. Da schon. Aber sonst, was ist eigentlich aus ihrem Schalgewann, den ihr der Dalai Lama so nett umgehängt hat, als es um nichts anderes ging, als um ein paar schöne Fotos? Hatten wir jetzt von ihr konkret irgendwas zu Tibet gehört? Außer, darüber wird bei gegebenem Anlass zu reden sein. Wahrscheinlich, wenn es die deutsche Wirtschaft ihr erlaubt. Jetzt, wo die chinesische Regierung gesagt hat, oh, 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 also Staaten, die den Dalai Lama empfangen, drohen sie mit Wirtschaftsboykott. Jetzt eiert die aber schwer um, nachdem der Dalai gesagt hat, er wird sie im Mai gern mal wieder besuchen. Da bin ich auf Staatsbesuch. Dabei war das Pressebüro von ihm noch sehr kooperativ. Oh, der Mädel, ich richtet mich da ganz nach innen. Und da ist er wie der Bambischwand. Hören Sie mal gut zu, Herr Dalai. Wenn ich sage, ich bin nicht da, dann bin ich nicht da. Das ist ja sowieso ihr Liebstes, weg zu sein, wie jetzt bei ihrem Auslandseinsatz in Israel. Boah, was haben sie so gefeiert für ihre Jahrhundertrede in der Knesset. Also, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Kanzlerin nicht verhandelbar. Was ist ein Satz? Selbstverständlichkeit. Und alle haben gejubelt, stehende Ovulationen. Für was? Für was? Für das übliche Politgeplapper mit der Strahlkraft von einem Beratungsgespräch einer Fachverkäuferin für Funktionsunterwäsche. Wir sind mittlerweile, wir sind mittlerweile in diesem Land mit so wenig zufrieden. Gut, bei ihrer Präsidentenerfindung, Horst Köhler, da haben ja auch alle, als er seinen Antrittsbesuch in der Knesset gemacht hat, nur den Schweiß, hinter er sich von der Stirn gewichtet hat. Gott sei Dank, er hat uns nicht blamiert. Ist es nicht das Mindeste, was man von seinem Staatsoberhaupt erwarten kann? Wovor hatten sie einen Schiss? Dass er in die Knesset rumpelt von wegen... Eins vorneweg. Beim Adolf war nicht alles schlecht. Nein, es ist vier... Aber vier Fünftel... Aber vier Fünftel der Bevölkerung wünschen sich von ihm eine zweite Amtszeit. Warum? Weil er keine Position bezieht. Was hätte dieser Mann aufrütteln können in den letzten Wochen? Lichtenstein, Rentenbetrug, Lohndumping, Aufschwung, der bei niemandem ankommt. Aber was kommt? Nix. Und da sagt sich das Volk, ja, den lassen wir wieder wählen. Der tut nix. Der will nur spielen. Und ausgerechnet Guido Westerwelle hat sich jetzt als erster stark gemacht für eine zweite Amtszeit von Hausgüter. Weil er wahrscheinlich, weil er sich sagt, dieses Land braucht noch einen zweiten Mann ohne Eigenschaften. Im Grund genommen... Im Grund genommen hilft dem ganzen Ding nur noch beten. Aber da ist ja nix mehr, wie es mal war. Die Kunst für unseren großen Volkspapst Benedikt zerrauscht rapide in den Keller, weil er die Kirche so nach hinten bringt. Aber sein Ostersägen war schön, oder? Wie er da im Schnürlregel hat, urbi, 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 und der Weißbier, bitteschön. Dass er sich da... Wenn er sich da, wenn es mal mit der Realität auseinandergesetzt hat und einfach begrüßt mit Scheißwetter heute. Ja, nix war... Capriol, mission accomplished. Das Referat ist fertig. Ach, nee. Darf ich... Nein, da bin ich jetzt wieder... Darf er, Sie haben es doch selber... Nee, ja, aber ich hatte jetzt... Ich hatte jetzt Merkel und Köhler und den Papst, da muss ich mir Sie nicht auch noch antun. Das ist der Mars, das ist doch für die... Wir haben ja das Referat doch selber genehmigt. Sie, wen dran glauben. Tja, darf ich mich kurz vorstellen. Sandfleben, Oberstleutnant, habe anstaltsintern eine kleine Fortbildung vorbereitet. Thema heute, Karte, fünf Jahre Irak, Krieg oder Sieg. Für uns kein ganz unbedeuttes Thema, liebe Landsleute, nicht wahr? Wenn Frau Merkel etwas früher dran gewesen wäre, dann säßen wir heute im Irak und Sie auf einem Sitz im UN-Sicherheitsrat, nicht wahr? Oder anders ausgedrückt, wer mitreden will, muss bereit sein, Opfer zu bringen. Politiker reden mit, wir bringen die Opfer. Schauen wir uns das Ganze mal an. Tabelle. Wir haben hier die üblichen Werte, die brauche ich Ihnen gar nicht vorzustellen, die sind Ihnen bekannt. Etwas Interessantes vielleicht. Ein paar Spezialwerte für Fachstrategen, nämlich die sogenannten Relation-Indizes. Zum Beispiel hier, den ersten, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist der sogenannte Zoff-Cash-Oil-Flow. Das ist die Relation von Kriegskosten zu Ölproduktion. Liegt derzeit bei 100 Dollar pro Barrel Öl. Ziemlich genau das, was auch in Rotterdam auf dem Sportmarkt verlangt wird. Prima, könnten Sie jetzt sagen, nicht wahr? Da haben die Amerikaner ja gar nichts draufgelegt. Schöne Idee, aber falsch gerechnet, Landsleute. Denn das haben Sie ja schon bezahlt, bevor das Öl überhaupt kommt. Das müssen Sie nochmal bezahlen, haben Sie schon einen Riesen hingelegt. Also, ein Sieg sieht anders aus, würde ich mal sagen. Vielleicht hat aber Herr Busch denselben Rechenfehler gemacht. Ein kleiner Scherz. So, schauen wir uns. Der nächste Insatz geht um die Kosten beim Humanmaterial, Landsleute. Hier stelle ich Ihnen den DSOF vor, den Dead Soldier Oil Flow, die sogenannte Pro-Kopf-Förderung. Die liegt im indizierten Wert stabil bei 1. Zwei tote Soldaten pro Tag, entsprechend 2 Millionen Barrel Öl, also ein solide 1. Das ist übrigens absolut betrachtet ein sehr schöner Wert. Zwei tote Soldaten am Tag, das ist für einen Bodenkrieg allererste Sahne. So viel werden an der Heimatfront allein in Washington jeden Tag erschossen. Sie sehen, es ist alles relativ, nicht wahr? Ja, das ist Einstein, nicht wahr? Wenn neben Ihnen jemand tot umfällt, dann wirken Sie relativ lebendig, nicht wahr? Ja, wahr? Nein, nein, ist ja schon gut, nicht wahr? Sie nehmen es mir, ich denke, Sie nehmen es mir nicht üblich sicher, dass Sie krank sind, nicht wahr? Kleiner Scherz. Na gut, Landsleute, einen anderen Index sollten wir uns unbedingt noch ansehen. Das ist ein Klassiker, nämlich der sogenannte HTCPCPA, der Human Capital Exit Percent Per Annum. Das ist die Relation zwischen Mortalitätsrate und dem eingesetzten Humankapital. Im Irak sind das 150.000 Stück. Hier haben wir einen äußerst stabilen Wert beim HCE von 0,5. Das heißt konkret, die Amerikaner verlieren in jedem Jahr nur 0,5 Prozent der eingesetzten Truppen. Da kann man, weiß Gott, nicht meckern. Die Wehrmacht hätte sich totgelacht bei diesem Index. In Relation übrigens äußerst interessant. Wir schauen noch mal in Afghanistan rein. Tabelle. In Afghanistan schauen wir uns den HCE an von allen Ländern. Hier ist nämlich Spitzenreiter einsam, ganz vorne Kanada. 1,2, ein beachtlicher Wert. Die Amerikaner genauso hoch im Verlustindex wie auch im Irak. Äußerst interessant. Deutschland, können Sie erkennen, weit abgeschlagen, unterferner liefen, kleiner 0,1, also noch nicht mal im Promillbereich. Gilt übrigens alles wohlgemerkt nur für die Toten der eigenen Seite. Die einheimischen Verlustzahlen werden überhaupt nicht gezählt. Die werden zum Jahresende grob geschätzt. Um nun, liebe Landsleute, unserer Bundeskanzlerin einen Platz im Sicherheitsrat zu verschaffen oder etwa bei der NATO, bei der Änderung der amerikanischen Hautrauf-Strategie, mitreden zu dürfen, müssten wir unsere deutschen indizierten Verluste um das fünffache geschätzt anheben. Das wissen wir alle, können Sie nachvollziehen, natürlich nüchtern betrachtet, ist nicht zu machen. Nicht mit unserer Truppe. Unsere Hardware ist veraltet. Die Software übergewichtig. Nicht der Auftrag, weder Fisch noch Fleisch. Und es fehlt letztlich auch am Esprit. Das kann ich Ihnen beweisen. Bild dazu, nicht wahr? Wir haben keinen Prinz Harry, meine Damen und Herren. Bild hat Prinz Harry in Afghanistan besucht. Kommentar Bild, er lebt gefährlich, dreckig, spartanisch. Aber Harry sagte zu Bild, mein Frontalltag ist einfach toll. So sieht es bei den Engländern aus. Wir, liebe Landsleute, wir haben keinen Prinz Harry. Unsere Prinzen heißen Ernst August und die machen sich nur noch dreckig, wenn sie sich im Suff ans eigene Bein pinkeln. So ist die Lage. Schönen Abend noch. Wiederschauen. Empörend, wirklich. Das ist empörend. Wir werden gar nicht mehr selber empört. Wir müssen empört werden. Permanent. Wir kriegen immer neue Sachen raus. Vor drei Wochen haben wir rausgekriegt, dass Tibet seit 50 Jahren besetzt ist. Das schreit nach dem Untersuchungsausschuss. Empörend. So kriegen wir die ganzen Jahre rum. Mit Untersuchungsausschüssen, mit Ablenkungsdebatten, mit Scheindebatten. Wir werden immer hingehalten, beschäftigt. Das Volk muss beschäftigt werden. Egal womit. Wir kriegen Strohpuppen hingehalten immer. Dann kümmern wir uns drum. Avatare. Voodoo-Püppchen werden uns hingehalten. Und jeder kleine Stammtisch darf mal seine Gabel reinstecken und denkt, er hat mitgeredet. Hm? Hier? Ackermann war so ein Avatar. Immer gerne genommen. Ackermann ist immer dabei. Der Standard-Avatar. Ackermann und alle stürzen sich auf den Zyniker mit dem Victory-Zeichen und haben den gefleddert wie Windhunde so einen künstlichen Hasen. Ackermann ist immer noch im Amt. Ackermann wird hofiert und behandelt wie ein Fürst und eingeladen überall. Ackermann ist doch nicht das Problem. Ackermann ist der Klassenprimus in einem inhumanen, maroden System. Aber doch nicht das Problem. Und wenn einer mal das System in Frage stellt, wie Lafontaine und Gysi, und wirklich mal das System in Frage stellt, werden sie sofort abgewatscht. Wir wollen uns lieber über Nokia jammern einmal im Jahr. Wir sind ein Volk von Kleinaktionären und Börsianern. Jeder steckt ein bisschen seinen Sparstrumpf in die Börse und hofft auf Rendite. Und dann jammern wir über Manager-Gehälter einmal im Jahr. Wir müssen uns entscheiden. Fragen Sie mal Ihren 20-jährigen Sohn, wenn er BWL studiert, was er werden möchte. Ackermann wird er werden. Ja, sicher. Der Ackermann ist nicht das Problem. Wir haben ein Mentalitätsproblem hier. Zum Winkel, genau so ein Avatar. Zum Winkel war in der Presse und sofort war verdrängt, dass die Landesbanken gerade Milliarden vernichtet haben. Lass uns doch lieber mal um die Millionen vom Zum Winkel kümmern. Was kümmern uns die Milliarden? Und Zum Winkel war sofort in den Schlagzeilen. Zum Winkel ist nicht das Problem. Wir sind ein Volk von Steuerhinterziehern. Zum Winkel wurde für unsere Sünden hingerichtet am Kreuz. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Steuerbescheid hier. Ja, sicher. Zum Winkel ist nicht das Problem. Überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist die Gier. Es ist unsere Gier. Wir müssen uns mal entscheiden, was wir wollen. Wir können nicht jammern, dass die Kinder an Alkopops krepieren und der nette Günther Jauch säuft für den Regenwald. Das geht nicht. Wir können nicht jammern, dass die Eisbären absaufen und der nette Herr Kerner macht Werbung für Air Berlin Billigflieger. Das sind die netten Turbokapitalisten von nebenan. Familienkompatibel. Die können sich auch ganz locker unterhalten mit so einem Hartz-IV-Empfänger. Kein Problem. Der Zumwinkel, der wurde abgeführt wie ein Serienkiller. Und der Michael Schumacher sitzt in der Schweiz und freut sich ein zweites Loch in den Arsch. Das sind unsere Helden. Ja klar. Es gibt Gute und Böse, Gierige. Man kann auch nett und gierig sein. Ja klar. Und dann sitzt irgendein zerrüttetes Elternpaar meinetwegen beim Günther Jauch auf dem Sofa. Und weil das Kind sich ins Koma gesoffen hat. Und dann hört er sich das aber auch betroffen an. Und dann ist Werbepause. Und dann kommt Kronbacher Werbung. Wer wird Millionär? Günther Jauch natürlich. Ja, aber hallo. So war ich Sie im Tage. Ja, aber ich habe auch noch was für Sie. Halt! Schau! Was bitte haben Sie sich dabei gedacht? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ohne meine Erlaubnis in meinem Aufzug rumzugondeln. Was? Ihr Aufzug. Jetzt werden Sie aber nicht albern. Ich würde im Traum nicht drauf kommen, in Ihrem albernen Faso rumzujuckeln. Im Traum würde er nicht drauf kommen. Ach so, das ist doch lächerlich sowas. Im Traum kommt er nicht drauf. Ich fahre nicht in Ihrem Aufzug. Im Traum kommt er nicht drauf. Ja, und was ist das? Das ist ja das Allerletzte. Allerdings. Sie sind sich nicht zu blöde mit den miesen Methoden einer armseligen Supermarktkette. Jetzt lenken Sie nicht ab. Sind Sie das da oder sind Sie das nicht? Wollen Sie sich bei Schäuble für was Höheres bewerben? Bitte ich sage nochmal. Sowas wird ein Nachspiel haben. Das wird ein Nachspiel haben. Ja, und zwar für Sie. Das ist doch eine Frechheit. Das ist doch nicht zu glauben, sowas. Das muss ich mir nicht bieten lassen, sowas. Das ist doch gerichtslich überhaupt nicht verwertbar. Wir brauchen da überhaupt kein Gericht dazu. Das regeln wir anstaltsintern. Wissen Sie, was ich machen werde? Ich werde Ihre Fingerabdrücke ins Internet stellen. Neben die von Schäuble. Das werde ich machen. Ich habe hier nur das umgesetzt, was die Kanzlerin ihm erfordert. Die Kultur des Hinsehens. Das ist ja lächerlich. Entschuldigung. In den Nachrichten gerade. Ich bin so stolz. Österreich hat beschlossen, als erste Nation wegen den Menschenrechtsverletzungen in Tibet, den Boykott der Fußball-Europameisterschaft. Ja, das ist, das, das macht super. Das macht aber auch, das ist, ja, das, ähm, das, ähm, das macht auch Sinn, so wie ihr kickt. Ja, eben. So, bitte, Sie können mir jetzt mal unseren Streit mal kurz vergessen. Ach, auf einmal. So, wieso? Fehlt jetzt ein Gesprächspartner? Nein, die Zeit. Und wir müssen noch Peking, Olympia. Nein, Entschuldigung, da bin ich der Falsche. Mit Olympia brauchen Sie mir sowieso nicht kommen. Schon ohne Tibet interessiert mich sowas nicht. Als sportgetarnte Werbeveranstaltung interessiert mich. Aber jetzt regen Sie sich alle auf, ne? Jetzt, jetzt. Warum haben Sie denn die Spiele überhaupt erst mal vergeben? Ja, warum? Ja, das ist ein Riesengeschäft für die Sponsoren. Coca-Cola, äh, Visa. Ja, und zur Eröffnung gibt's Hundewochen bei McDonald's. Ja. Scheiß Amis. Es ist, es sind, es sind, es sind, sagen Sie nicht scheiß Amis. Es sind nicht nur die Amis. Bei Adidas freuen Sie sich auch schon, dass viele chinesische Medaillengewinner Adidas tragen werden. Habe ich selber gelesen. Ja, vielleicht sind ja die Flüchtenden die Bäder in Puma unterwegs. Na klar, ich bin's wieder aus. An was soll man heute noch glauben? Wo sind die Werte geblieben? Was? Sagen Sie mal, was reden Sie denn da auf einmal? Glaube und Werte? Sie haben sich doch noch nie mit sowas beschäftigt. Was ist denn los? Alles bricht weg, es ist nix, passt mehr zusammen. Herr Ackermann fordert jetzt eine Verstaatlichung der Banken, also der Verluste. Sie, es ist alles, man wird so orientierungslos. Die Welt ist aus den Fugen, mein lieber Freund. Was? Mein lieber Freund? Hat er mein lieber Freund gesagt? Ähm, Sie wirken ein wenig ratlos auf mich. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, so geht es nicht. Also dann sagen Sie einfach, was los ist. Ja, das ist doch einfach, wenn Sie so einfach, fangen wir mit dem Einfachsten an. Was soll man noch wählen heute, bis es ist? Ich? Nein, mir geht es doch genauso wie Ihnen. Früher hat man... Kleinere Übel, kleinere Übel, kann man früher noch wählen. Was wählen Sie heute? Heute wählen die Grünen in Hamburg schwarz. Ja. Und in Bodenmais, wissen Sie was in Bodenmais wählen? Bodenmais, da wo der Bayerische Wald am schwärzesten ist. In Bodenmais haben Sie einen 23-jährigen, schwulen, evangelischen Juso zum Bürgermeister gewählt. Ja, aber doch nur, weil Sie bei dem sicher sein können, dass er nichts mit der Tochter vom Pfarrer anfängt. Jetzt reden Sie sich mal nicht Ihre eigene schlechte Laune kaputt. Jetzt denken Sie einfach mal, denken Sie an die Gewerkschaft. Oh ja, mache ich gerne, mache ich gerne. Der Betriebsrat von Opel hat General Motors angeboten, das neue Chevrolet-Modell in Rüsselsheim zusammenzuschrauben. Und zwar kostenlos an den Wochenenden. Was? Das ist ein Angebot vom Betriebsrat? Ja, weil die Amis in Detroit mit faulen Krediten die Pensionskasse verzockt haben. Na, sag mal, raggert jetzt der kleine Kollege Feinblechner von Opel umsonst für die Rendite vom General Motors. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist Ihre Retourkutsche für meinen April-Scherz, nicht? Nein, nicht alle Meldungen zum 1. April sind erfunden. Nicht erfunden? Dann fällt mir auch nichts mehr ein. Dann sind wir wieder beieinander, mir geht es doch genauso. Wenn du nach Hause guckst, davor schon, was machen wir, für wen machen wir das alles noch, für wen? Für was? Was wollen wir den Menschen draußen noch sagen? Wie machen wir Hoffnung? Ich weiß was. Vor sechs Jahren ist doch der Kollege Matthias Belz gestorben. Lassen Sie mich es mit seinen Worten sagen. Solange zwei Menschen, die aussehen wie wir, trotzdem weitermachen, hat niemand das Recht, verzweifelt zu sein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, dann. Ja. Oh, gut. Ja, ist dann. Machen wir halt weiter. Aber mit Schmackes, Herr Pryol, mit Schmackes. Gucken wir mal da. Ach so. Wir sind über die Zeit. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Hoffnungsträgern Olaf, Schubert, Josef, Hader und Hagen Recker. Unsere Anstalt kommt wieder in vier Wochen zum hervorzartierlichen Tanz in den Mai. Lassen Sie mich wieder einliefern. Thema um 22.15 Uhr live, direkt nach dem heutigen Mal. Danke, danke. Jetzt kommen wir mal nach. Hau 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 mal nach.